Und deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würdet, ja, uns allen in sich, euch von Herzen, ja. Helf euch! Heimlich, ja? Mach doch mal weg da, Alonie. Bist du weg? Weg. Mein Bericht ist fertig, es wird noch abgetippt, es wird jetzt in die Zeitung kommen, ja. Da geht es auf jeden Fall. Du hast eine gute Idee, es geht gut drauf. Ich wollte gerne antworten, die lieben Worte, die lieben Worte, und dann habe ich gesehen, oh Gott, hier, da war ich im Handy und diese ganzen, nee, aber hier, das ist echt so nicht cool, und dann habe ich gesagt, dass ich eine Jacke so nicht aufgeraten habe, und dann habe ich gesagt, dass ich eine Wimpern hatte, aber dann ist das nicht mehr so gut, aber dann ist das nicht mehr so gut, aber dann ist das nicht mehr so gut. Mach doch mal weg da, André. Bist du weg? Weg. Ja, weil guck mal, bei mir, die hat doch immer diese Haare, die wir auch nicht betreuen, also diese gedünstlichen, also die Kunsthaare sind doch immer so viel, das kenn ich nur so. Aber ich dachte, das wäre mal ihre Heiligen gewesen. Nee, nee, das war immer so Kunsthaare, die hat aber auch die wenigsten Kunst. Und dann habe ich gedacht, ja, wir können ja mal gucken, wie Jaci, durch anderes Kaliber, Jaci hat eine Echtzeit bekommen, eine richtige Punkt, gerade für die Treue, ne? Echt? Ja, von der Spenderin, die selber halt auch mal mit deinem Gehirn hatte. Ja, was würde ich denn mitnehmen, weil meine Schwester hat mir sehr gut zum Haartrein, ich meine, was habe ich schon gesagt. Ich wollte schon sagen, wo kommen die Haare denn her? Das ist doch voll schön aus. Ja, die ankatzen heute rein, aber ich brauche echt auch mal welche in meiner Haarfarbe, ne? Ja, aber das ist nicht so, ich glaube, es geht, aber mich stürzt ja schon jetzt, wo ich Blumen bin und so, stürzt mich schon. Ja. Ja, immer dann diese Zartheitrennung und nicht, man will einfach, man achtet jetzt viel mehr auf mich wie ein Bahnhof, ne? Ja, okay, klar, ne? Ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Ah, okay. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber... Also, guck mal, das haben wir jetzt halt die Pantena? Ja. Hier ist das eine Arbeitstherapie? Ja. Ja, ich glaube, das sieht jetzt keiner, wenn wir kurz nicht aufliegen. Wenn ich hier oben mit dieser Robi-Club... Ja. ...dann auf die rein. Ah, okay. Ja, doch. Ja, mit der Müttern ist also... Okay, ja. Wir verraten auch mit euch zusammen, oder? Die sind hier unten drin, die sind da mit dem Müttern auch im Zimmern, aber die gehen mit uns essen alle. Das ist unser Grill. Da habe ich dir ja mal geschickt, ne? Ja, genau, da habt ihr mal gegrillt gehabt, ne? Ja, genau. Da kannst du ja mal reinschauen. Ja, schön. Ja. Ja, hier sind halt jetzt Gespräche drin, weil... Ja, hier sind halt jetzt Gespräche drin, weil... Ja. Ja. Weil eigentlich, wenn die die in der Müttern auf die Internetseite sind, ist das ja auch sehr stark, oder? Stimmt. Ja, ich brauche die auch sehr stark. Ja, da hinten sind halt... Hier sind schon Zimmer, weißt du? Also, das lassen wir zum Beispiel kurz. Ich bin da hinten im Zimmer. Also, es sind... Die Pflege ist da unten drin. Aber es ist echt ruhig, ne? So. Ja. Das ist schön. Ja. Ja. Da unten ist die Thornhalle, halt so ganz kurz schon. Und was macht ihr hier in der Werkstatt? Hier ist Arbeitstherapie. Ah. Es ist entscheidend. Wandel, Holz, ähm... Ja, oder wir müssen raus Rasen nähen, oder wir müssen jetzt Laub. Also, es ist immer was anderes. Jetzt haben wir gerade Projekt brauchen, wir müssen eine Zeitung erstellen. Schön. Ah ja. Und dann habe ich mich als Thema genommen. Ja? Ja. YouTube. Also, ja, was die Leute sich für ein Recht nehmen wollen, mich zu urteilen. Ja. Und ob sie wissen, was ich durchgemacht habe. Und dass ich eigentlich erwartet hätte, wo wir alle hier gleich sind, egal welche Sucht, dass ich hier verstanden werde und nicht wie draußen mit dem Finger oder von oben herab auf mich geguckt wird. Das habe ich, ähm, mein Bericht ist fertig, wird noch abgetippt. Das wird jetzt in die Zeitung kommen, ja. Oh. Darf ich ja nicht direkt die Leute ansprechen. Aber die veröffentlichen das auch jetzt hier quasi in der Ort? Ähm, ja, jeder kann dann hier die, ob die es hier im Dorf, wissen wir noch nicht, ob die es so weit geht. Aber jede Gruppe, acht Gruppen sind ja, jeder macht halt, was er will, ne? In die Erkleidung rein, ja. Mal gucken, was da am Montag so rauskommt für Zeitung. Das ist schön, ja. Man soll halt lernen, miteinander zu arbeiten. Und die denken sich schon immer was dabei. Hat zwar nicht jeder Bock drauf, aber die wissen schon, warum sie das machen. Ja, klar. Ja. Ach, da sehe ich schon mal die Jacke. Ja. Das ist schon mal schön. Ja. Das ist schon mal schön. Oh, ein Brot. Genau hingehört, glaube ich. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Wir müssen mal ganz gut, dass die Kinder so aufmerksam sind. Genau das kippen wir dir auch. Oh, eine rote Jacke. Ja. Das ist schön. Kaffee. Das ist froh. Oh, schön. Mit Brot und Fendi. Toll. Oh, die ist aber schön. Oh, die ist wirklich schön. Oh, vielen Dank. Die ist echt schön. Das lasse ich mich nicht aufhören. Und auch meine Farbe. Toll. Oh, sehr schön. Hier ist ein Bulli. Das ist so geil. Auch ein schöner Bulli. Hier ein Night-Pulli. Toll. Ja, da muss ich noch ein bisschen Sport machen. Ja. Das ist auch frei. Ja. Doch, so ein schönes ist. Ah, das ist auch ein schöner. Langer Bulli. Ja. Größer M. Größer M. Größer M. Ja, stimmt, ne? Doch, schön. Ja. Hosen sind auch mit dabei. Ja. Das ist das. Oh, noch hier. Ja, schön. Hops, oder? Rolli. Ja. Ah, Rolli. Ja. 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 Ja, danke schön. An die liebe Spenderin. Ja. Ja. Äh, was? Keine Ahnung. Warte, ist auch noch was drin? Guck mal, hier sind noch ganz viele Socken. Hier sind ganz viele Socken. Oh, schön. Danke an die Laura Rimbach. Vielen, vielen Dank. Oh, hier ist eine ganz steile Show. Oh, geil. Klasse. Klasse. Zwei wollte ich mir von meiner Schwester mal kaufen. Ja. Ja. Größe 38. Das passt. Ja, das passt. Alles dank meiner Familie. Ja, alles dank meiner Familie. Auch schön. Boah, wirklich geil. Mir auch. Klasse. Genau. Michaela Style. Auch schön. Das freut uns. Ja. Und auch noch ein bisschen. Schön. Ja, es haben noch weitere geschrieben. Nicht so viel Spaß. Und wenn die Sachen ankommen, dann schiebt ich mich auch viel. Ja, aber du hast echt viel verteilt. Ja. Wir haben viel. Also ich weiß nicht, es ging auch rapide irgendwie. Äh, mit der Reichweite auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wenn ich es führe, dass da nicht ganze Leute angestehen haben. Ja. Und bundesweit bekommen nicht entständig irgendwelche Pakete. Ich bin nicht ganz froh aus meinen Leuten. Ja, meine Schwester hat ja... Und wo wir von der Anteilnahme haben, der NHL-Bude, der ist wirklich genervt, ne? Der bringt mich fast täglich ganz viele große, schwere Pakete. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ja. Das ist aber auch schön. Ja.